hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft after humans ich habe schon ein paar sachen vorbereitet und zwar seht ihr hier die sachen außer das ding das braucht nicht die sache habe ich schon vorbereitet das heißt mir fehlen nur noch die 27 reinforced blast bricks und dazu fehlen mir ja dieses blaze powder ich brauche ja erst die blast bricks machen und dann brauche ich blaze powder das kann ich einmal durch diese schöne cinderpearls davon habe ich aber nur 13 oder ich muss mir blaze rods besorgen louis transposer aber dann brauche ich wieder so ein scheiß sag mal crusher aber ich müsste mir dann erstmal so eine blaze rods und die kriege ich im neta und ich würde einfach mal mit euch den neta durchsuchen und vielleicht einen kleinen abenteuer ich kann mich nämlich auch gar nicht mehr erinnern wie wo irgendwo was war ich mache mir einfach mal hat man kiste und stellen mal die ganzen sachen hier rein damit wir die nicht mitschleppen falls doch drauf gehen sollten wieder erwarten packen wir mal kurz die sachen hier rein das 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 und die lachen letztendlich auch das kann ich mal kurz wieder weg bringen stahl hat gerade so gereicht ich muss jetzt aber nochmals nach produzieren aber es hat ganz gut hingehauen und ich würde jetzt einfach mal meter gehen und mal gucken was uns da so erwartet ich habe leider kein jetpack vielleicht nehmen wir noch mal zu futtern mit sicher als sicher 12 dann haben wir noch was dann haben wir wieder genug futter dabei wir haben unsere werkzeuge dabei wir haben unsere waffen dabei ist die rüstung ist soweit glaube ich aufgeladen ist aufgeladen gut das heißt geht los ab ins ab in den neta ich kann mich gar nicht mehr ändern was wir alles im neta überhaupt schon gemacht haben ganz ehrlich es ist schon so lange her ach ja wer hat mich hier gesucht und wir hatten hier das ist ja mal eine begrüßung schönen guten tag die freuen sich ja wirklich uns zu sehen hatten wir eine festung gefunden neta pot da sind festung rechts von uns da in die richtung ist eine festung habe ich gesehen gerade da gehen wir mal rein und hoffen dass wir überleben da hinten ist ein gas ist nicht gut aber ich habe jetzt auch keinen bock ewig zu warten hier und wir müssen da gar es geht ja schon gut los mit action hier Danke. Vielleicht zwei. Vielleicht sollten wir uns mal schnell verstecken? Wäre mal ne Option, oder? Oh. Hier sind auch schon wieder irgendwelche Monster. Zwei Gards. Fahre ich, wo jetzt das Schluss war? Mann. Oh, ich bin noch viel zu weit weg. Da drüben irgendwo. Naja, lass mir mal in Ruhe hier. Uh, das wird ja doch schwerer als ich dachte. Ich bin noch nähter gewohnt, wo ich ein bisschen stärker war in einem anderen Modpack. Ich spiele übrigens gerade auch wieder ein Modpack mit einem Kumpel. Und zwar... Ähm... Zev Take Ages. Ziemlich geil. Man muss sich durch die verschiedenen Zeitalter kämpfen. Ähm... Und kann nur ein paar Sachen jeweils machen. Man fängt im Mittelalter... Ne, nicht mehr im Mittelalter. Man fängt im Steinshalter da quasi an. Da ist, glaube ich... Ist das die Ruine? Ich kann mich nicht erinnern, ob wir schon mal da waren. Wir würden auf jeden Fall darauf zukommen. Hm. Na, ich gucke, wie wir da hinkommen jetzt. Ähm... Ja, Zev Take Ages, wie gesagt. Sehr geiles Modpack. Kann ich nur empfehlen, wer mal Lust hat und Zeit hat. Natürlich hat das zu spielen. Ähm... Wir sind... Ich spiele das gerade auf dem Server zu zweit. Äh... Auf dem kleinen Miniserver. Und äh... Ja, es macht echt... Sehr... Viel Laune. Ähm... Geht viel Zeit drauf, deswegen auch... Äh... Regenerieren. Da dauert mir ein bisschen lange hier. Wo ist denn jetzt? Oh, ein bisschen wieder rechts hoch muss ich. Punkt. Mann, Scheiß. Ich hasse dieses Feuer hier. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich hier auch noch eins runtergeflogen. Das ist dann natürlich totaler Mist hier. Hm. Ich hab doch noch die Glider, oder? War das nicht so? Ich hab noch den Glider? Der müsste ich ja anhaben. Oh, Achtung. Angriff. Ich will hier nicht sterben. Ich hab, glaub ich, keine geile Rüstung mehr. Zuhause, die ich da nutzen könnte. Muss ja schon mal in der Festung gewesen sein, meinem zu achten. Was ist denn hier? Ein Kreuz. Dich können wir auf jeden Fall fertig machen, ja. Ich will mal ein bisschen Magma-Cream oder sowas hier. Gucken, das können wir auch noch mal irgendwann hier brauchen. So. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin doch schon da. Rechts hoch. Ah, über uns ist das Ganze. Oh, oh. Ach. Ärgerlich. Ach. Ich hab nichts zum Bauen mit ihm genommen. Machen wir mal ein bisschen. Überliebe diese Tinker-Werkzeuge. So, da haben wir genug. Und können uns mal hier hoch bauen, um zu gucken. Da hinten soll das sein. Bauen wir uns mal hier hoch. So, sehen wir jetzt das hier? Ne, da oben ist das oder was? Seht hier jemand oder was? Oder ist die weiter oben oder unten? Ist das ne gute Frage? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, was machst du denn hier? Mann. Kann man sich nicht mehr in Ruhe umgucken? Ja, ich weiß grad nicht, wo diese... Also, ich glaub auf unserer Ebene ist die gerade nicht. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo war denn die Karte? Map? Ne. Nein, das war der Glider. Ne. L. L. E. Ich weiß grad nicht, was die Karte war. J war das, ne? Ja, ja, ja. So. Hm. Würde sagen, wir müssen weiter hoch. Weil hier unten sahen mir nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Kann mich aber auch irren. Das ist heller, wenn ich mir... Ist hier eigentlich kein Offhand? Ne. Hm. So, dann baue ich mich mal jetzt hier nach oben. In der Hoffnung nicht auf Lava zu treffen, dann muss ich nämlich schnell flitzen. Oh, hier ist schon die Decke. Das heißt, es ist doch weiter unten. Ach, das ist doch alles Mist. Ich weiß, ich muss doch weiter nach unten, um zu dem Schloss zu kommen. Okay. Schon mal gut zu wissen. Muss aber mal gucken, dass ich denn hier ungefähr im Areal bleibe. Wir gehen mal hier runter. Oh, oh, oh. Lava. Guck ich leider unbedingt aktiv machen. Oh, oh, oh. Ich achte auch echt nicht darauf, ne? Leider ist I. Hier ist es. Ah, ja. Dann würde ich mal hier drauf landen. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt ein... Dieses Ding gefunden. Ich würde hier einfach auch mal reingehen. Es ist aber auch brandgefährlich. Man darf nicht unten durchfallen, glaube ich. So. Licht. Oh, eine Kiste. Ein Goldschwert und ein... Na ja. Goldschwert können wir drin lassen. Wollen wir nicht. Das bringt uns nichts. Also würde uns schon was bringen gegen Zombies, aber ich glaube... Äh, nicht gegen Zombies. Gegen... Mal gucken, dass ich auch ein bisschen Sachen spare. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn war doch immer... Ein schlechtes Zeichen, oder? Wenn ich mich an die Gronkh LPs erinnere. Eigentlich suche ich so ein Ding, um... Oh, oh, oh. So... Die Ghasts... Äh, zu finden. Denn wir brauchen von den Ghasts dann... Die... Mach mal kurz den Kleiner aus, aber... Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht in die Lava falle. Ah, ist noch ne Kiste? Hier ist sie direkt in den Lava rein. Wer baut denn hier eigentlich so ein Schloss hin? Kann nur der Teufel persönlich sein. Okay, ähm, ich würde mal was verstauen hier. Tüt 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 tüt. Ja. Das kann erst mal verstaut werden. Ah Geule, alles klar. Die können wir mal reinholen hier. Ja. Können wir hier nicht durch. Hier kamen wir her. Das heißt, hier müssen wir vorbei. Die bauen wir grad nicht. Hier können wir noch rein. Ich suche einen Ghast Spawner für die, die es vielleicht noch nicht gecheckt haben. Ghast sind, äh, auch so eine fliegenden Mistviecher. Ich meine, die meisten werden die schon kennen. Die, äh, wenn man sie tötet, so eine... Oh, aufpassen. Also aufpassen, dass hier kein Angriff von hinten dann kommt hier. Gut. Und das für ein Blödsinn geschlossen hier. Ein Pilz. Toll. Gut, dass ich so viele Fakker mitgenommen habe. Hier oben drauf vielleicht. Hier ist wenigstens kein... Ja, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Das hört sich hier auf jeden Fall nach... So ein Spawner an. Die Frage ist, wo ist er? Da drüber? Da ist er. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar von diesen Viechern töten. Aber ich muss natürlich echt aufpassen. Ich habe hier keine gute Fire Protection. Ähm, dass ich da nicht gleich draufgehe. Das ist natürlich ärgerlich. Wie kriege ich denn das jetzt am besten mit dem Spanchen? Hm. Da kommt schon mal ein. Nein. Ich bin ja mal weg, weil... So viel... Schaden gerade. So. Ich habe schon zwei Blaze Rods. Das reicht aber noch nicht ganz echt. Ein paar mehr brauche ich. Das heißt, ich markiere mir mal die Stelle. Hier vorne sind die Blaze Rods. Das kann ich aber auch auf der anderen Map machen. Das war auf J. Und zwar... Würde ich mal... Wo ist denn hier so ein Waypoint? Waypoints. New. New. Okay. Dann weiß ich hier, dass... Die... Habe ich jetzt zwar nicht benannt, aber dass es da... Die... Sicher gibt. Mehr brauche ich im Moment nicht. Die kann ich auch nochmal suchen. Gegebenenfalls können wir... Ähm... Den Spawner mal abbauen und dann uns dann einen eigenen Spawner bauen. Ähm... Würde ich jetzt gerade noch nicht machen. Drei habe ich bereits. Ich muss erstmal abwarten halt so ein bisschen. So wie das jetzt hier... Klappt. Ich hoffe wir kommen gut nach Hause wieder. Das ist ja mir eher... So... Die Regeneration ist mir echt zu langsam hier. Ich müsste mir mal vielleicht so eine goldene Äpfel machen. So... Alles nur für diesen eilen Blast Bricks. Ich glaube die anderen hatten, weil ich in der Wüste die Pflanzen mir geholt habe. So... Jetzt habe ich mich erstmal wieder akklimatisiert. Ich brauche noch ein paar Rods. Habe ich nicht Loot hier drauf? Ne... Nur Schaden. Das müsste ich mir auch mal drauf machen, dass ich hier... Looting bekomme. Ich habe ja jetzt genug Lapis Lazuli. So... Du spawn mal ein bisschen. Jawoll. Ah... Das Feuer ist echt nervig. Immer noch drei nix gekriegt. Das ist ärgerlich. Mach mal hin hier. Was ist denn das hier? Kobalt. Ach nimm mal mit. Haben wir zwei ganze Menge, aber... Haben oder nicht haben. Okay. Schlitzi. Mach mal weiter her. Okay. Schlitzi. Mach mal weiter her. Und das sind 4 x 25. Wurde schon reichen. Oder... Ne... 27 brauchen wir. Oder gab es denn zwei. Ich könnte immer noch ein paar mit Sicherheit. Schnell mal was essen. Ne... 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 Bei mit etwas mehr Looting, wurde ich hier also rider себе viel mehr rauskommend. Das ist natürlich gut zumindest nahe mal rauskommend. Keine mal richtig neuen Maßnahmen. machen. Pinkes Construct. Die sind sogar aufgeladen. Not Repair, Haste, Luck. Kriegt die fast mit der Packaxe. Ne, ne, ne. Jetzt sollten wir erstmal hier warten, dann können wir die gleich kalt machen. Sechs haben wir. Auf jeden Fall freue ich mich, dass gleich in der ersten Folge, der wir im Neta sind, dass erfolgreich ein Monster-Spawner auf dem Blaze-Spawner gefunden wurde. Muss bloß noch mal einer kommen. Ich will gerne noch eine Rod haben, zur Sicherheit. Ne, 27 braucht sie. Ich brauche sogar, ich brauche 24. Da ist noch eine, sehr gut. Acht haben wir schon sauber. Freut mich. Oh, Spawn. Malalala. Machen wir ein bisschen überlänge, damit wir noch nach Hause kommen oder machen wir gleich noch mal Pause? Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz noch Pause hier und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao.